Wenn du meine Stunden kennst, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich am Anfang immer die gleiche Entspannung mache. Und das hat einen Sinn. Ich arbeite sozusagen immer in der gleichen Reihenfolge gewisse Teile im Körper durch, die ich nacheinander entspanne. Und warum, und warum das vielleicht auch für dich für den Alltag interessant sein könnte, das zu wissen, verrate ich an der Stelle. Wenn du eine Online- oder eine Vorortsstunde mit mir machst, es ist immer das Gleiche. Ich lasse dich ankommen und dann entspannst du den Bauch, dann entspannst du die Hände, dann den Kiefer, gefolgt vom Blick deiner Augen und dann die explizite Einladung, alles um die Augen herum zu entspannen. Und warum das so ist, dafür gibt es einen Grund. Der Bauch ist sozusagen die Grundschaltstelle in uns, überhaupt in die Ruhe zu kommen. Uns Ruhe zu erlauben, uns Loslassen zu erlauben, hat ganz viel mit der Weichheit des Bauches zu tun. Du wirst merken, wenn du den Bauch locker lässt, entspannt sich alles um den Bauch herum. Das liegt einmal an der Statik des aufrechten Sitzes oder Stands, also muskulär. Und das hat aber auch noch weitere, sozusagen innere Gründe. Wenn also der Bauch entspannt ist, ist sozusagen die Grundlage gesetzt dafür, dass du überhaupt in die Ruhe kommen kannst oder es dir erlaubst. Der zweite Teil sind die Hände. Und die Hände sind deshalb so wichtig, weil, vielleicht hast du es schon mal gemerkt, nur wenn die Hände lösen, nur dann lösen Arme, Schultern, Schulterblatt. Und diese ganze Schutzhaltung hier oben, die kann nur locker lassen, wenn du die Hände unten locker lässt. Deshalb warte ich immer ab, bis diese Weichheit der Hände wirklich oben ankommt. Du kannst es spüren, Hände sind locker, dann wird nach einer Zeit Unterarm, Ellenbeuge, Oberarm, Schultern locker. Und irgendwann spürst du, wie die Schulterblätter, die Schulterblattmuskulatur, der Nacken beginnt zu entkrampfen. Erst wenn das gelöst ist, kannst du den Kiefer lösen. Oder erst dann macht das Sinn. Der Kiefer, wir sprechen im Alltag von Terrian, beiß dich da durch. Also dieses immer wieder Beißen, dieses Dranbleiben, das löst nur dann, wenn deine Kiefermuskulatur löst. Das ist vor allem der Kaumuskel. Du kannst aber den ganzen Mundraum entspannen, dir wirklich Zeit lassen damit. Der Kiefer hat im Übrigen eine Verbindung zum Beckenboden, gerade der Gaumen. So, und dann ist der nächste Teil, und das mag so unwichtig, wie nur noch was klingen, ist aber fast das Wichtigste, nämlich den Blick zu entspannen. Die Augen sind immer am Suchen, und solange die suchen, ist dein Denken immer auf einem etwas höheren Aktivitätsniveau. Und dann ist ganz wichtig, den Bereich um die Augen herum zu lösen. Ich sage immer, stell dir vor, die Augen könnten zurück in ihre Höhlen sinken. Du kannst es ja mal ausprobieren in der stillen Minute. Wir haben hier die sogenannte Augenringmuskulatur, und die ist die Muskulatur, die in der sogenannten mimischen Mikroexpression sofort anschlägt. Die nämlich unsere primären Emotionen widerspiegelt. Und die hält auch Emotionen. Und Emotionen geben uns immer wieder Anlass zu inneren Eskapaden des Denkens und Spülens. Also nur wenn diese Augenringmuskulatur löst, nur dann kommst du in diesen beobachtenden Abstand zu den Dingen. Nur dann sinkt sozusagen, ich nenne es immer das innere Drama. Dann kannst du sozusagen zusätzlich noch die Augenbrauen sinken lassen, die Stirn und die mimische Muskulatur generell. Und du wirst merken, dass das einen riesen Unterschied macht, ob du in diesen Bereichen entspannt oder angespannt bist. Probier es aus. Lohnt sich zu jedem Start deiner Praxis, lohnt sich auch nochmal zum Ende der Praxis. Lohnt sich. Lohnt sich.